Moin liebe Angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen Session. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an eines unserer vorangegangenen Videos. Wir haben festgestellt, dass es richtig cool sein kann, sich mit Weichplastikködern wie Maggots auf tiefere Stellen zu stellen. Also nicht die leichteren Plateaus, die wir schon kennen, das wären dann diese drei hier, sondern eben auch an tieferen Stellen wie 55 Metern oder 80 Metern. Letzterer Wert ist der, den wir vor kurzem nochmal besucht haben. Hier habe ich mich hingestellt auf eine Empfehlung aus der Community, die sagte, dass Maggots da ganz Interessantes fangen sollen und das habe ich gemacht. Wir waren unterwegs auf 200 Kilo Equipment zu 181er Vorfach, vorsorglich ein bisschen stärker gewählt das Ganze. Nicht zuletzt sicherlich aufgrund der Tatsache, dass wir hier einen Jigmeister 1000 dranhängen, der natürlich in der Lage ist, durchaus große Fische auch zu landen. Dahingehend lieber auf Nummer sicher ein etwas größeres Setup gewählt. Zusatzhaken ist ausgeblieben. Der Jigmeister selber hat hier einen TriStar 80er Haken versehen bekommen. Das ist so, ja, oberes Mittelmaß kann man sagen. Ansonsten rote Elemente in Form einer Rasse und einem FireTube sowie einem großen Köhlerfilet. Und das ist so der eine Teil. Der wichtigere Teil für mich persönlich in dieser Session ist allerdings der, der jetzt kommt. Verschiedene 4-0er Haken. Wir haben einmal Marlin Series. Wir haben die Rage Serie. Wir haben Megaraptor. Alles auf 4-0er Basis. Dazu kommen dann rote Maggots. Ich habe wirklich durchgängig rot genommen. Einfach, weil ich da überzeugt von war in dem Moment. Und es auch nach wie vor bin. Mit roten und grünen Elementen. Rot und grün so ein bisschen als komplementär sich gegenüberstehen. Sich ein bisschen beißend. Und dass wir da einfach mal ein bisschen Motivation beim Fisch erzeugen können. Das Ganze wurde getestet für rund eine Stunde. Und das Ergebnis werde ich euch gerne jetzt hier einmal in der Zusammenfassung zeigen. Viel Spaß. So, 80 Meter sind erreicht. Dann gucken wir uns das mal an. Dann lassen wir hier mal den Jigmeister runter. Mit den Maggots. Bin mal gespannt jetzt. In der Nacht wird es wahrscheinlich, würde ich mal raten, alles auf Grund gehen. Normalerweise sind die bisher in der Sinkphase da eher weniger verbreitet. Fangen wir mal ganz unvoreingenommen an. Gut, dann stelle ich mir mal das alles ein bisschen höher. So, Drilltimer muss noch bereitgestellt sein. Für den Fall der Fälle. Jawoll. Geht ja schon mal gut los. Direkt der erste Biss. Oh. Oh oh. Na, das fängt ja gut an. Der Widerstand ist echt gut. Das macht schon echt Laune. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht, auf was es bei mir geht. Auf seltene Fische und auf alles, was ein Maggot-Köder aufgrund bei 80 Metern so verschlingt. Würde ich mal sagen. Bin echt mal gespannt, was wir hier dran haben. So, noch 15 Meter. Ich sehe aber auch noch nichts. Stockfinstere Nacht da unten. Das ist doch bestimmt ein Heilboot, oder? Alles andere wäre schon wunderbar. Also ich freue mich schon, wenn es kein Heilboot ist. Sagen wir es mal so rum. Was auch immer dann dran hängt, ich nehme es gerne. Und es ist... Überraschung, es ist ein Heilboot. Schade. Naja. Besser den haben als keinen. 39 Kilo Heilboot. Okay. Okay, okay, okay. Haben wir da jetzt gebraucht? 5 Minuten. Das geht ja noch. Und wir kriegen Seehecht 1,5 Kilo. Okay. Schön. Direkt nach dem Heilboot. Der Heilboot, das wird ein 170, 180 Silber, denke ich mal, sein, wenn wir den verkaufen. Schätzungsweise. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Echt? Warte mal. Ne, 130, 140 wohl eher. Aber ist trotzdem ein gutes Ergebnis für 5 Minuten Arbeit. Ja, 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 ja. Gib mir das Frequent und ich mach weiter. So, dann gucken wir uns mal Fisch Nummer 3 an. Jetzt auf jeden Fall diesmal was anderes. Einmal Seewolf bitte. Und schöner ist es auch. Gefleckt mit fast 5 Kilo. Das ist gut. Also bisher 80 Meter auf was war es? Maggots und... Erstmal gucken, ist der überhaupt... Er ist auf Maggots gegangen. Auf roten Maggots. Genauso wie er hier. Gut. So soll es sein. Der Jigmeister ist wirklich nur als Sinkhilfe gedacht. Dass da jetzt der Heilboot draufgegangen ist, sehr gut. Man kann nicht alles predikten, ne? Aber ich werde auch schon wieder runtergetrieben. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nach dem nächsten Fisch uns wieder mal ein bisschen ins Zentrum der 80 reinstellen. Gerade bei 20 Meter die Sekunde Sturmwetter ist das nicht so toll. Aber so vom Grundsatz her, die Bisse sind relativ schnell. Wir sehen es hier wieder. Also 80 Meter die Bisse... Sieht schon echt gut aus bisher. Oh, der hat Power. Beziehungsweise da haben wir die Drift gegen uns jetzt. 22 Meter die Sekunde und es geht noch weiter ab. Also selten so viel Sturm gehabt. Okay, jetzt müssen wir den Timer anmachen. Hilft alles nichts. Jetzt wird es ungemütlich, Leute. Möglicherweise. Ah, es geht doch tatsächlich noch gerade mit dem Hochkurbeln. Das lässt mich jetzt zum Beispiel wieder daran zweifeln, ob wir tatsächlich irgendwas in Richtung Heilboot dran haben. Ich glaube, eher ist es ein Lump diesmal. Das könnte der erste Lump sein. Ja, das ist definitiv diesmal Kabeljau. Aber auch nicht so riesig. 10 Kilo. Die können sich nun mal leider auch schwer machen, ne? Das kennen wir schon. Okay, das ist ein interessanter Biss. Das ist nämlich definitiv, würde ich sagen, kein Heilboot. Aber Potenzial auf was Interessantes wäre gegeben. Würde mich zum Beispiel freuen, wenn es was Barschartiges ist. Rot-Barsch-mäßig. Mal gucken, was da hängt. Danach stellen wir das Boot um. Hm. Tiefen-Rot-Barsch vielleicht mit ein bisschen Glück. Aber wir kriegen Köhler mit 4 Kilo. Und wir machen weiter mit einem Dawnheim mit 1,4 Kilogramm. Und der dürfte sich auch auf den Maggot gemeldet haben. Okay. Ist noch ein Ticken klein. Der kann auch größer ruhig. Aber vom grundsätzlichen Ansatz her ist das nicht verkehrt, dass wir hier auch Dawnhaie ziehen. Vielleicht haben wir ja mal Glück und erwischen den Seehecht als Trophäe. Ich bräuchte ihn, wie gesagt, immer noch. Ich würde es feiern. Aber ich verstehe es auch, wenn er wieder mal nicht kommt. Weil schlichtweg seit Bestehen des Gewässers ich noch nicht einen Seehechtroffi gezogen habe. Und das wird vermutlich noch ein Weilchen so bleiben. Aber vielleicht geben wir eine Überraschung rein. Wäre nicht die erste Überraschung, die wir haben. Ich versuche es mal mit starken Pilken. Vielleicht kriege ich das hin, bevor der nächste Biss reingeht. Da ist auf jeden Fall was ran. Das kann jetzt alles möglich sein. Das könnte jetzt... Ja, mal gucken. Vielleicht ein Seehecht. Jawohl, Leute. Es ist passiert. Na, endlich. Oh, Mann. Was habe ich darauf gewartet, dass dieser verdammte Fisch sich endlich, endlich mal als Trophäe einfindet. Nummer 16 am Nordmeer. Boah. Geil. Ist das schön. Dreimal mussten wir uns schon mindestens davon überzeugen, dass es beinahe eine Trophäe hätte werden können. Jetzt endlich hat es sich auch mal ergeben. Ein wunderschönes Exemplar. Ach, ist das herrlich. Mann, sieht ja geil aus. Also das hat sich jetzt endlich mal, endlich mal rentiert. Boah. Wow. Endlich. Endlich ein weiterer für unsere Nordmeer-Ehrenfischersammlung. Ja, gucken wir mal gerade. Erstmal, erstmal in den Chat. Ja, ja. Erstmal in den Chat auf jeden Fall. Das hat gedauert. Boah. Und wir gucken einmal rein. Statistik unter Trophäen unter Nordmeer. Wir haben schon einiges gesammelt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Und da steht er jetzt endlich. Die letzte Reihe ist komplett ausgefüllt. Endlich. Wichtiger Moment für mich. Wichtiger Moment für mich. Toll. Großartig. Es fühlt sich wirklich gut an. Dass man da jetzt endlich mal wieder einen Schritt weiter gekommen ist. So, bringen wir den ganzen Klumpatsch wieder nach unten. Das ist ja wirklich ein grandioses Gefühl gerade wieder mal. Toll. Einstieg auf Maggot. Roter Maggot auf der 80, Leute. War gut, dass wir hergekommen sind. War wirklich gut, dass wir hergekommen sind. Bisher 22 Minuten und wir haben 10 Fische an der Angel gehabt. Beziehungsweise reingeholt. An der Angel hatten wir ein paar mehr. Hatten wir auch schon Ausschlitzer zwischendrin. Aber der ist jetzt da. Wir machen weiter mit kleinem Rotbarsch. Offensichtlich ist das jetzt gerade der Trend hier. Sieht jedenfalls danach aus. Mal gucken, ob da auch noch ein größerer dabei ist. Würde ich auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Weil wir sehen, da ist der Helbut. Ja, 32 ist doch ein bisschen kleiner. Deswegen passt das mit den Minuten auch wieder. Weil der hat am Anfang dafür guten Terz gemacht. Also das hast du schon gemerkt. Hatte ich schon zeitweise das Gefühl, dass der stärker ist als der, den wir davor hatten. Und das obwohl der kleiner ist. Noch 10 Meter. Ich sehe leider immer noch nichts. Es ist auf jeden Fall... Oh, das sieht... Es sieht interessant aus, Leute. Das ist ein Kabeljau. Komm her. Also rund um 20... Ja, ich habe Kabeljau 20 Kilo gesagt. Es kommt ein bisschen grob überschlagen hin tatsächlich. Ja. Ist so anständig. Jetzt dreiviertel Stunde, 16 Fische. Also, ja, einer alle drei Minuten kann man sagen. Ich würde sagen, mit der Vorzeit von 5 Minuten, die wir brauchten für den Heilboot, kommt das sogar noch eher hin. 5. Ich sehe immer noch nichts. Da. Ein Lump. 7 Kilo. Aber eine gute Größe auf jeden Fall. Schön. Und wir haben noch 11 Minuten Zeit. Das auch noch. Na dann. Nutzen wir die Zeit sinnvoll, würde ich sagen. Unterrichtung. Kabeljau deuten. Wenn ja da immer nicht so viel Strecke dazwischen wäre, dann hätte ich nicht so viele Bedeutungsmöglichkeiten. Aber je länger das dauert, bis du den Fisch nach oben holst, desto mehr denkst du darüber nach, was dranhängen könnte. Eigentlich müsste man einfach so einen Ausschalter haben, wo man sagt, okay, jetzt gar nicht mehr drüber nachdenken, einfach nur noch kurbeln. Das wäre, glaube ich, das Beste. Wir kriegen einen Lump. Ja, schön. Wie der vorhin. 7 Kilo. Jetzt nochmal 6 Kilo. Joa. Nech? So ein bisschen grau, braun in grau. Sieht man hier schon so im Kescher. Da zwischendurch mal so zwei Clowns, die mal ein bisschen Farbe reinbringen. So zwei Rotbarsche. Das kann man schon mal machen. Sehr schöner kleiner Rotbarsch. Nehmen wir. Das ist nochmal ein bisschen Farbe im Kescher wieder. So. Mit 23 Fischen schließen wir die Stunde ab. Wir gucken mal fix ins Café rein. Da gibt es auf jeden Fall aktuell Taschenkrebs zu holen. Den haben wir leider nicht. Hätte ich gestern mal ein paar Makrelnächte gefangen, wäre es auf jeden Fall heute nochmal möglich, die hier zu verticken. Ansonsten haben wir da nichts von den Sachen. Deswegen gucken wir einfach mal ganz schnell in den Fischmarkt und freuen uns, denn ich weiß, welcher Fisch oben steht. Genau. Vor den Heilbutts haben wir den Wittling mit 212 Silber. Eine wirklich, wirklich coole Trophäe, die ich mir schmecken lasse. Die Heilbutts. 141 zu 115 Silber. Der gefleckte Seewolf vom Anfang, der hat hier 55 Silber gebracht. Die Kabeljaue mit 29 und 48 Silber. Auch hier sieht man wieder den krassen Unterschied von 7 Kilo. Und danach geht es weiter mit Lump. 26, 21 und 17, 17 Silber. Was hat die Stunde jetzt konkret eigentlich gebracht? Wir haben 760 Silber in der Stunde gemacht. Ohne Wittling wären es immer noch 548. Also so oder so ein gutes Fangergebnis. Definitiv. Und wie gesagt, die Tatsache, dass wir so ein Heilbutt in 5 Minuten rausholen können, ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich an der Stelle. Klasse. Und wir haben die Nummer 16 unserer Fänge fürs Ehrenfischer-Abzeichen am Nordmeer zusammen. Wahnsinn. 16. Erfolgreich gefangener Trophäenfisch am Nordmeer von 28, die wir brauchen. Sehr cool. Viel Erfolg dabei. Ich hoffe, ihr fangt auch ein paar schöne Fische. Ich hoffe, ihr fangt auch ein paar Jahre. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.